Ich bin Lukas Schütz, Inhaber und Geschäftsführer der Firma Schütz, Schlüssel- und Schreiner-Service GmbH. Wir sind euer Freund in der Not. Wir helfen euch, wenn ihr zu Hause nicht mehr einkommt, weil der Schlüssel nicht mehr funktioniert oder der Schlüssel abgebrochen ist. Wir helfen aber auch, wenn ein Notfall ist und eingebrochen wurde. Und auch reguläre Servicearbeiten sind bei uns auf dem Programm. Orsi Online ist sehr benutzerfreundlich und unsere Monteure und Mitarbeiter konnten direkt ohne grosse Schulung mit der App starten. Orsi Online finde ich deshalb super, weil die Betriebsmittelverwaltung nicht nur bei einer Person hängt, sondern weil jeder Mitarbeiter seinen Teil dazu beiträgt.